Dieses zu veräußernde neuwertige Sechszimmer Einfamilienhaus steht im Kreis Steinfurt. Das Haus ist barrierefrei zugänglich. Das im Jahr 2000 erbaute Objekt verfügt über drei Etagen. Es wird über eine Zentralheizung beheizt. Das Gebäude ist barrierefrei zugänglich. Das Haus verfügt über zwei Garagenparkplätze. Es hat vier Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 461 Quadratmetern weist das Objekt eine Wohnfläche von ca. 200 Quadratmetern auf. Das Gebäude hat einen Kaufpreis von 400.000 Euro. Wir freuen uns, auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet.